Was hat mich an Joy Jazz fasziniert, ist diese Nachhaltigkeit der Qualität, wie man über Jahre, wenn man auf Qualität setzt, eine relativ große Sichtbarkeit erreicht. Durch die EU-Förderung hat man ja das wunderbar mitbekommen, dass diese Sichtbarkeit sogar europaweit mittlerweile ist. Das ist für mich so ein bisschen ein Grund, regional, einerseits die internationale Enjoy Jazz zu unterstützen.